Willkommen bei einer weiteren Folge Love at First Dram, dem Whisky-Podcast von wick.de, wo wir unsere Passion zu Whisky mit euch teilen. Was wir sonst noch teilen? Neuigkeiten aus der Whisky-Szene, Trends und Tipps rund um das Thema Whisky sowie spannendes Hintergrundwissen zu Brennereien und Herstellungsverfahren. Und das Allerwichtigste? Wir beantworten eure konkreten Fragen rund um das Weitefeld Whisky so umfassend wie möglich. Daher schickt uns auch gerne alle eure Fragen an podcast.wick.de oder teilt sie per Facebook, Instagram und natürlich auch gerne per WhatsApp mit. Mit von der Partie sind für diesen Podcast Arne Weesche, Gründer von wick.de und Malte Schweier, Whisky-Experte und Betreiber des Whisky-Blogs adreamofsea.de. Die Moderation mache wieder ich, Leonie Klinkhammer, Whisky-Verkosterin bei wick.de. In unserer heutigen Folge spreche ich mit Malte über die möglichen Auswirkungen des Brexit auf Scotch Whisky. Von Preissteigerungen über Verknappung und Aufweichung von Herstellungsstandards beleuchten wir die unterschiedlichen Zukunftsszenarien eines Austritts Großbritanniens aus der EU im nächsten Jahr. Dies ist Teil 2 unserer Serie Der Elefant im Raum. Brexit und Handelskrieg mit den USA. Wird jetzt alles teurer? In unserem Segment Brennerei der Woche liefert Arne einen Überblick zu den wichtigsten Fakten zu Glen Jonach. Außerdem beantworten wir bei FragWick heute alle Fragen um Geschmackstraining. Doch starten wir mit den Whisky-News der Woche. Die irische Großbrennerei Middleton hat ihren Middleton Very Rare 2018 gerade veröffentlicht. Seit 1984 erscheinen Middleton Very Rare als Vintage-Abfüllung. Für das 35. Release wurde Single Grain und Single Pot Still Whisky gemischt, der zwischen 12 und 28 Jahren in Ex-Burbon Barrels reifte. Glen Moray launcht neue Elgin Curiosity Range. Den Auftakt für die Reihe macht ein Glen Moray mit fruchtigem Cider-Cask-Finish. Der Whisky wird nicht kühl gefiltert und mit 46,3% Alkoholvolumen abgefüllt. Der Whisky soll Zitat leicht und frisch sein mit karamellisierten Apfelnoten, Vanille und Gewürzen. Die Apfelweinfässer stammen vom schottischen Cider-Hersteller Thissley Cross. Laut Labels aus der TTB-Datenbank wird es wohl bald einen neuen Port Ascake geben. Die Single Cask-Abfüllung ist 33 Jahre gereift, bevor sie mit 50,3 Volumenprozent in die Flaschen kam. Zu erwarten ist ein üppiger Eiler-Whisky mit viel Torf, Meersalz und süßen Früchten. Auch in der TTB aufgetaucht ein Kill Karen 8 Jahre mit 56,5% Alkoholvolumen und damit besonders kräftiger Fassstärke. Und ein neuer Springbank Local Barley. Diesmal wird die Gerstensorte Optik verwendet. Angebaut wurde die Gerste auf der nahegelegenen High Catadale Farm. Nur wenige Kilometer von Springbank entfernt. Der Whisky wurde 2009 gebrannt und neun Jahre später im Oktober diesen Jahres gebottelt. Der Whisky wird mit greiftigen 57,7% Alkohol abgefüllt. Insgesamt soll es 9.700 Flaschen geben. Artbeck veröffentlicht seinen dritten 20-something. Der 22-jährige Single Malt wurde 1996 gebrannt und reifte in klassischen Ex-Bourbon-Fässern. Wie seine Vorgänge ist auch der Neuling nur für Artbeck-Committee-Mitglieder erhältlich. Die exklusive Private Collection Series von Gordon MacPhail wurde nun durch zwei neue Kreationen vervollständigt. Nach dem Glendlewitt 1946 und dem Blinkwood 1961 kommen nun zwei 57-jährige Longmorns, die es nur im Set zu kaufen gibt. Der Preis liegt bei stolzen 30.000 Pfund. Trotz dem neuen Handelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko bleiben Strafzölle auf US-amerikanischem Whisky bestehen. Kanada erhebt weiterhin einen 10-prozentigen Einfuhrzoll und Mexiko sogar 25%. Damit bleibt die Lage für amerikanische Whisky-Produzenten angespannt. Erst letzte Woche hatte Beam Centauri durchblicken lassen, dass Preissteigerungen für ihre amerikanischen Whiskys bei anhaltenden Strafzöllen unausweichlich wären. Und das waren die Whisky-News der letzten Woche. Weitere Infos könnt ihr wie immer in unserem Whisky-Blog unter wick.de slash blog nachlesen. Und nun kommen wir zu Hashtag FragWick, wo wir eure Fragen rund um das Thema Whisky beantworten. Auf geht's! Peter fragt via Facebook Messenger, wie kann ich lernen, alle Aromen aus dem Whisky heraus zu riechen bzw. zu schmecken? Hi Peter, danke für deine Frage. Das ist natürlich eine ziemlich wichtige Frage, wie man seine Wahrnehmungsfähigkeit für den Whisky-Genuss steigern kann. Heißt, wie kann ich mehr aus dem Whisky rausholen, wie kann ich mehr erriechen, wie kann ich mehr schmecken? Dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Ich möchte im Folgenden einfach mal darlegen, was ich mir so gedacht habe. Allgemein ist es so, dass beim Whisky natürlich vieles über Assoziationen geht. Also vieles darüber geht, an was dich etwas erinnert. Du kannst dich aber halt nur an Sachen erinnern, die du auch schon mal erlebt hast. Heißt, als erstes ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich sozusagen eine eigene Aromenbibliothek anzulegen. Heißt, du gehst einfach in Zukunft mit ganz offenen Augen und mit einer ganz offenen Nase und mit einem offenen Mund durch die Welt und versuchst einfach erstmal Aromeneindrück zu sammeln. Was mein ich damit? Wenn du zu Hause bist, du was kochst oder so, probier doch einfach mal alle Gewürze einzeln. Es ist ganz interessant zu sehen, wie schmeckt denn eigentlich ganz genau das eine spezifische Gewürz? Was unterscheidet Oregano von Basilikum und so weiter und so fort? Gleiches, wenn du mal in den Supermarkt gehst, riech doch einfach mal an den Früchten. Riech doch mal an einer Birne, riech doch mal an einem Apfel. Nochmal ganz, ganz spezifisch. Ich meine, jeder wird sagen, ja klar, ich weiß nicht, wie ein Apfel riecht. Aber man kann nochmal ganz, ganz spezifisch versuchen, den Geruch neu zu erlernen und auch nochmal aufzufrischen. Oder riech mal an unterschiedlichen Äpfeln. Dann wirst du auch merken, dass jeder Apfel natürlich anders riecht. Und so sammelt man immer, immer mehr Eindrücke. Und auf diese Eindrücke kann man dann später beim Verkosten, beim Verriechen zurückgreifen. Und denken, okay, hey, das erinnert mich irgendwie an genau diesen Apfel, den ich vor zwei Wochen irgendwie beim Supermarkt gerochen habe. Oder noch besser, vielleicht sind das Sachen, die einfach dadurch wieder wachgerufen werden. Und dann sagst du, ja, okay, hey, das erinnert mich eigentlich so total an den Apfelkuchen, den meine Oma gebacken hat. Schön mit der Zuckerkruste und noch ein bisschen Sahne dazu. Und dann kommt das Ganze so in den Fluss. Und du kannst vor allem mal ganz, ganz andere Sachen wahrnehmen, die dich an ganz, ganz andere Dinge erinnern und in andere Dinge reindenken, reinfühlen, reinschmecken. Die vorher einfach vielleicht in einer Beschreibung von, ja, es ist irgendwie fruchtig, ergelandet werden. Was beim eigentlichen Verkosten hilft, ist mehrere Whiskys nebeneinander zu verkosten. Wenn du nur ein Whisky hast, steht er sehr alleine da. Wenn du einen zweiten Whisky dazu nimmst, hast du auf einmal einen Referenzwert. Du kannst also auf einmal unterscheiden. Der eine Whisky ist rauchiger als der andere Whisky. Das wirst du dann schon merken, auch wenn du vorher vielleicht nicht gemerkt hast, dass der andere sehr, sehr rauchig ist. Der eine ist fruchtiger als der andere, der andere hat mehr Vanille und so weiter und so fort. Heißt, wenn du zwei oder mehr Whiskys nebeneinander probierst und verkostest, dann wirst du auf einmal auch viel, viel mehr herausschmecken. Einfach, weil du die, ja, den Gegenpol hast, auf dem du irgendwas abbilden kannst. Weiterhin hilfreich vielleicht für Einsteiger vor allen Dingen. Schaut euch doch, oder schaut dir doch offizielle Tasting Notes an oder auch Tasting Notes bei uns im Shop. Und dann nimmst du dir das Glas her und schaust, okay, was davon kann ich eigentlich wahrnehmen. Das ist überhaupt nicht gegeben, dass diese Tasting Notes richtig sind oder richtiger als andere sind. Das sind die persönlichen Eindrücke von einem anderen Verkoster. Die könnt ihr tappen und dann abweichen. Aber es kann dir helfen, vielleicht gewisse Sachen einfach zu entdecken. Ja, weil gewisse Sachen sind einfach jetzt doch eigentlich sehr, sehr objektiv oder nur nur sehr, sehr bedingt subjektive Eindrücke, weil es einfach gewisse Stoffe im Whisky gibt, die gewisse Aromen hervorrufen. Und dann, wenn diese Stoffe einfach im Whisky vorliegen, wirst du die im Zweifel einfach entdecken lernen. Generell würde ich anfangen vom Versuchen, Geschmacks- und Aromeindrücke vom Allgemeinen hin zum Spezifischen zu entwickeln. Also du fängst an zu sagen, okay, das ist irgendwie süß, okay, und was ist das für eine Süße? Ist das eher vanillig oder ist das eher fruchtig? Dann sagst du, ja, vielleicht eher fruchtig. Und dann sagst du, ja, was ist das für eine Frucht? Ist das eher so eine überreife Ananas, eine Banane oder sowas? Sind das exotische Früchte? Ist das irgendwie gleichzeitig auch säuerlich? Und geht das vielleicht rüber zu so einem grünen Apfel? Nee, ist nicht säuerlich. Okay, aber irgendwie Apfel passt doch. Dann ist es vielleicht doch eher so ein, ist es vielleicht überreif oder eher gekocht? Und dann sagst du, ja, doch, vielleicht ist es doch eher so ein bisschen so ein Apfelmus. Und dann sagst du, ja, vielleicht kommen dann noch ein bisschen andere Aromen dazu, irgendwie was so gebäckmäßig. Und dann bist du halt beim Apfelkorrein gekommen. Und hast halt dadurch einfach verschiedene Ebenen abgearbeitet. Und bist halt, hast ganz einfach angefangen zu entscheiden, ist das süß oder ist das nicht süß. Das kann eigentlich jeder. Und da musst du halt einfach dich sozusagen durcharbeiten, hin zum Spezifischen. Wenn man mehrere Whiskys verkostet, auch wenn man einen Whisky verkostet, ist es wichtig, manchmal die Nase freizukriegen. Also es ist wichtig, gerade bei Fassstärken, Nase nicht zu tief ins Glas halten. Eher vorsichtig schnüffeln, nicht, dass man quasi sich die ganzen Geschmacks und auch die Nase quasi komplett im Alkohol zu belegen. Deswegen erstmal vorsichtig sein und zweitens vielleicht ein paar Kaffeebohnen zur Hand haben oder als Alternative an der eigenen Haut riechen. Ein Mensch kann sich selbst nicht riechen. Heißt, wenn du an deiner Haut riechst, kannst du halt deinen Geruchssinn ein bisschen neutralisieren und wieder erden, auf Null setzen. Du weißt halt, kürzest dich, wie du riechst und dann kannst du daran vergleichend wiederum andere Sachen viel besser erkennen. Als kleiner Tipp vielleicht noch oder als Empfehlung. Bei uns im Shop oder auch häufig bei unseren Bestellungen findest du ein Tasting Wheel. Und ein Tasting Wheel kann dir dabei helfen, einfach erstmal Ideen zu sammeln. Ja, so eine kleine Guideline, so ein kleiner Hilfsanker, der dir erstmal Ideen geben kann, okay, was kann ich hier eigentlich überhaupt entdecken. Und wenn du halt grundsätzlich nach dem gleichen Schema vorgehst, wie ich vorher vorgeschlagen habe, vom Allgemeinen zum Spezifischen, gehst du einfach von außen nach innen in das Tasting Wheel und findest eigentlich relativ genau raus, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, vielen Dank für die interessante Frage. Ich hoffe, dass meine Antwort an der Stelle ein bisschen weiterhelfen konnte oder ein paar Denkanschlüsse gegeben hat. Wenn es von eurer Seite noch Vorschläge gibt, noch Ideen gibt, lasst uns gerne wissen, schreibt uns eine Mail an podcast.wik.de Und ja, wir nehmen das gerne in einer zukünftigen Folge mit rein. Und denk dran, wenn auch du Fragen zum Thema Whisky hast, dann schick sie uns per Facebook, Instagram oder direkt an podcast.wik.de. Auch Sprachnachrichten nehmen wir gerne. Abonniere dafür unsere Whisky-News via WhatsApp und schicke uns deine Nachricht. Alle Adressen und Kontakte findest du in den Shownotes. Sneak Peek ins Hörbuch Scotch Whisky. Mit Brennerei der Woche gewähren wir einen Einblick in unsere aktuellen Aufnahmen zur Vertonung unseres großen, kostenlosen E-Books Schottischer Whisky. Heute steht die Brennerei Glendronach auf dem Programm. Glendronach ist eine Brennerei in den schottischen Highlands, die vor allem Fans von den Sherry-Fass gereiften Whiskys regelmäßig begeistern kann. Die Brennerei liegt im Aberdeenshire, inmitten von Gerstenfeldern. Nur das typische Pagodendach lässt schon von ferner erkennen, um was für eine Art Gebäudekomplexes sich hier handelt. Zur Brennerei gehört auch ein Herrenhaus, das mit Kräutergarten und Blumenbeeten wie aus dem Bilderbuch wirkt. Wie schmeckt Glendronach Single Malt? Glendronach Single Malt sind für starkes, süßes Sherry-Aromen bekannt. Der Whisky ist gemeinhin sehr rund, geschmeidig, aber auch mit viel Wucht. Weitere typische Aromen umfassen Malz, Orange, Vanille und Pflaume. Wie wird Glendronach Single Malt Whisky produziert? Glendronach hat vier Brennblasen. In zwei Wash-Stills und zwei Spirit-Stills produziert man bis zu 1,3 Millionen Liter Alkohol im Jahr. Bei der Produktion in Glendronach wird viel von Hand gemacht und Wert auf drei Zungen gelegt. Beim Besuch der Brennerei bekommt man reichlich authentisches Equipment zu sehen. Die Bobby Mill, in der das Malz gemahlen wird, ist bereits über 100 Jahre in Betrieb. Das Dach des Maischbottiks und selbst der meist unspektakuläre Auffangbehälter für die Stammwölze, der Underbag, ist aus strahlendem Kupfer. Die Wash-Bags, in denen die Stammwölze zu Wash vergoren wird, sind aus Holz. Selbst die Brennblasen wurden bis 2005 noch mit Kohle befeuert. Damals war Glendronach eine der letzten Brennereien, die die direkte Befeuerung aufgeben musste. Das Wasser für die Maische und das Reduzieren des Whiskys stammt aus der hauseigenen Quelle Hermos, während das Wasser für das Kühlsystem aus dem Dronach Burn stammt, der durch das Brennereigelände fließt. Der Newmag, übrigens fast ausschließlich in Sherryfässer abgefüllt, reift in einer Kombination aus traditionellen und modernen Lagerhäusern. Glendronach besitzt drei traditionelle Dunwich-Warehouses, deren Böden aus Erde bestehen, und drei Wrecked-Warehouses, in denen die Fässer viele Etagen hochgelagert werden können. Unter diesen Voraussetzungen entstehen hervorragende, runde und komplexe Whiskys. Geschichte der Glendronach-Distillery Glendronach wurde 1826 durch James Allardyce gegründet. Die Brennerei erreichte schnell große Beliebtheit in der Londoner Oberschicht, und Allardyce selbst wurde zu den Hohen Herren in die Hauptstadt des Empire eingeladen. Nicht nur deshalb hat man ihm heute den 18-jährigen Single Mord gewidmet. Nach der Gründungsperiode folgte eine Zeit der Besitzerwechsel. Zwischen 1920 und 1960 gehörte Glendronach Charles Grant, Sohn des William Grant von Glenfiddich. Es folgte der Verkauf an William Teacher & Sons in Limited, die den Glendronach nutzten, um ihrem Blend die deutliche Meistnote zu verleihen. 1996 entschloss sich Allied Domek, die ihrerseits seit 1976 Besitzer von William Teacher & Sons waren, die Brennerei stillzulegen. 2002 wurde die Produktion wieder aufgenommen. Nachdem Allard Domek 2005 von Panorica übernommen wurde, gehörte auch Glendronach zum Portfolio des Spiritu-Oven-Konzerns. Die Markenstrategien bei Panorica waren ja der Meinung, dass Glendronach nicht in die Gesamtstrategie des Konzerns passe. Ein großes Glück für die Whisky-Welt war, dass beim Verkauf der Brennerei im Jahr 2008 die Ben-Riach Distillery Co. Limited unter der Leitung von Bill Walker das Rennen machte. Walker, der schon Ben-Riach wiederbelebt hatte, setzte viel daran, den alten Rom von Glendronach wiederherzustellen. Er finanziert den Fokus der Brennerei und ließ sogar Whiskys aus Bourbon in Sherry-Fässer umlagern. Der gegenwärtige Erfolg und die Liebheit bei den Fans der Brennerei geben ihm recht. 2016 erwarb der amerikanische Konzern Brown Foreman die drei Brennereien Ben-Riach, Genglasoch und Glendronach. Billy Walker setzte indes sein Werk bei Glendronach fort. Und nun zum Schwerpunkt dieser Folge. Zusammen mit Malte schauen wir uns die Auswirkungen eines britischen Austritts aus der EU an, und was das für Scotch-Whisky hier in Deutschland bedeuten könnte. In den Shownotes findest du die einzelnen Themen mit Zeitstempel markiert. Viel Spaß! Letztes Mal sprachen wir über den US-Handelskrieg und heute widmen wir uns dem nächsten großen Ungewissen. Der Brexit und welche Auswirkungen er auf Scotch-Whisky haben könnte. Dazu ist wieder die Leonie da. Hallo, Leonie. Hallo, Malte. Und du hast dich mal wieder schlau gemacht und in dieses extrem komplexe Thema eingearbeitet. Erstmal vielen Dank dafür, dass du das gemacht hast. Ja, bitte, bitte. Genau. Mal sehen, was dabei jetzt rumkommt. Sehen wir mal. Probieren wir es mal zu ordnen. Lass uns doch einfach mal kurz rekapitulieren, was bisher passiert ist und dann von da aus weitermachen. Genau. Also ein kurzer Rückblick darüber, was bisher eigentlich geschah. Am 23. Juni 2016, also vor zwei Jahren, wurde in Großbritannien über den Verbleib des eigenen Landes in der EU abgestimmt. 51,9 Prozent, also eine echt geringe, einfache Mehrheit, stimmten für den Austritt, auch als Brexit bekannt, was kurz für British Exit steht. Dabei haben insgesamt 72,2 Prozent der registrierten Wähler abgestimmt, was man schon sagen kann, eine relativ hohe Zahl ist. Das Resultat und die darauf folgende Auswertung haben die tiefe gesellschaftliche Spaltung eigentlich dieses Landes gezeigt. Also zwischen den einzelnen Gruppen wie Jung und Alt, zwischen städtischer Bevölkerung und ländlicher Bevölkerung, sowie zwischen den einzelnen Regionen Großbritanniens, also des Vereinigten Königreichs, haben sich massive Unterschiede in der Wählerschaft gezeigt. So haben beispielsweise Nordirland, die ja eine direkte Grenze zu einem anderen EU-Staat haben, nämlich Irland, und Schottland mit einer Mehrheit für den Verbleib in der EU abgestimmt. Was man vielleicht an dieser Stelle noch anmerken kann, ist, Referenten sind ja etwas, was es in Deutschland eigentlich nicht gibt in diesem Ausmaß, historisch bedingt. Und in Großbritannien hat man das halt gemacht, weil man auch schon über den Eintritt in die EU ein Referendum abgehalten hat, damals in den 70ern. Und dann unter Margaret Thatcher wurde eben auch bereits ein Referendum gemacht. Also von daher ist es jetzt gar nicht so ungewöhnlich dort, dass man über solch gravierende Entscheidungen die Bevölkerung befragt. Am 29. März 2017 kam dann der nächste große Meilenstein in dieser ganzen Entwicklung. Dort wurde nämlich dann dieser berühmt-berüchtigte Artikel 50 des Vertrags von Lissabon in Kraft gesetzt, als Theresa May eben einen Brief an die EU veröffentlicht hat. Und ab diesem Zeitpunkt hatte nun Großbritannien zwei Jahre Zeit, diesen Austritt aus der EU vorzubereiten. Also es gibt einen klaren Zeitrahmen, in welchem das passieren muss. Am 8. Juni 2017 hat dann, also wenige Monate danach, hat Theresa May Neuwahlen einberufen, damit eben diese einfache Volksabstimmung sich übersetzen konnte in ein klares Mandat. Also in der Hoffnung, dass wenn die Tories dann halt wiedergewählt werden, also ihre Partei, die konservative Partei wiedergewählt wird, dass sie dort Zustimmung erhält durch eine Wahl, durch eine demokratische Wahl legitimiert ist, dass das jetzt ein, wie sie sagte, klares Mandat einfach bekommt für diesen Brexit-Plan, den sie hatte. Was aber passiert ist, ist, dass sie ihre Mehrheit im Parlament verloren hat. Daran zeigt sich einfach auch, wie gespalten dieses Land ist und dass viele zu dem Zeitpunkt schon gesagt haben, na ja, eigentlich wollen wir vielleicht gar nicht austreten. Was daraufhin May machen musste, ist, in eine Minderheitenregierung einzutreten und sie braucht einen Koalitionspartner, in dem Fall die nordirische, ziemlich extreme Partei DUP, die man so ein bisschen vielleicht mit der CSU vergleichen kann, im Verhältnis zur CDU. Und plötzlich sind sie halt auf diese Stimmen, dieser ziemlich, wie soll ich sagen, ja, extrem regionalen Partei angewiesen. Am 26. Juni 2017, also später im gleichen Monat, begann nun diese, diese Austrittsverhandlung erst offiziell. Das war der nächste, der nächste große Meilenstein wieder in den Verhandlungen. Und dieses Jahr hatte man sich erst im März auf eine sogenannte Übergangsphase geeinigt und im Juni, Juli, also diesen Sommer 2018, ist nun der sogenannte Checkersplan veröffentlicht worden. Das ist das gewünschte Szenario der aktuellen Regierung und ist benannt nach dem, nach dem Sitz, nach dem, dem Sitz der, der Konservativen, diesem, diesem Checkers eben. Und ist eines dieser möglichen Szenarien jetzt für die Zukunft, was halt kommen kann. Also es gibt insgesamt drei Szenarien, die wir uns halt vorstellen können. Das ist einmal eben dieser Checkersplan, was relativ wahrscheinlich ist. Dann, dass es gar keinen Deal gibt, also gar kein Abkommen gibt über die Zukunft, über den zukünftigen Verbleib Großbritanniens. Also kein, kein Vertrag einfach mit der EU. Und dass es wird aktuell gerade in den Medien ganz heiß diskutiert und wird immer wahrscheinlicher. Und dann gibt es noch ein drittes Szenario, was wir uns wahrscheinlich, glaube ich, hier alle wünschen würden, aber sehr unwahrscheinlich ist, dass es einfach doch keinen Austritt gibt. Also, dass man irgendwie sich unter Umständen, also dass auch nochmal ein neues Referendum ansteht und dass, dass einfach dieser Austritt nie, nie vollzogen wird. Aber das ist ein Szenario, was relativ unwahrscheinlich ist, während ein sogenannter No-Deal, also ein Nicht-Abkommen wahrscheinlicher wird, vor allem nachdem jetzt auch am Ende September der EU-Gipfel in Salzburg war, wo die EU einfach nochmal Teile dieses sogenannten Checkersplan von May abgewiesen haben, weil es da um ein Freihandelsabkommen geht, wo nur Güter betroffen sind und keine Dienstleistungen. Und das halt so irgendwie als Rosinenpickerei gesehen wird. Und May war irgendwie ziemlich konsterniert, dass die EU das einfach so abgelehnt hat und hat dann nochmal gesagt so, na ja, dann treten wir halt einfach aus ohne einen Deal. Und jetzt gerade war Ende September, Anfang Oktober der Parteitag der Konservativen in Birmingham und dort musste sie sich jetzt nochmal ihrer Partei und vor allem halt auch den Hardlinern in ihrer Partei stellen. Und irgendwie ist dabei einfach auch gar nichts rumgekommen, außer, dass man halt irgendwie eine sehr scharfe Rhetorik gefahren hat, vor allem gegen die EU, was man auch irgendwie verstehen kann, aber was auch irgendwie, ja, ganz schön, wie soll ich sagen, das ganze Problem, die ganzen Ressentiments nochmal aufgegriffen hat in dem Verhältnis zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa. Ja, wie das bei so einer Scheidung halt ist, das ist immer eine sehr schwierige Sache. Ja, genau. Also es gibt keine Gewinner wirklich, es gibt hauptsächlich Verlierer und jeder bezichtigt den anderen mit irgendwelchen schlimmen Dingen. Also ja, es ist wie eine Scheidung. Ganz genau. Ja, das Wort wird ja auch wirklich häufig gebraucht in dem Zusammenhang. Du hattest gerade ein zweites Referendum, um den Brexit abzuwenden oder nochmal final, final zu bestätigen, angesprochen. Das ist ja relativ unwahrscheinlich. Wie ist denn da der Stand? Können wir uns da Hoffnung machen oder ist das wirklich einfach vom Tisch? Schwer zu sagen, weil ich habe das Gefühl, je nach Woche, je nach Interview mit, also es gibt ständig so viel Bewegung oder Scheinbewegung in dieser ganzen Verhandlungsgeschichte. Grundsätzlich, theoretisch, können die Briten natürlich immer noch abstimmen. Und das fordern eben auch viele, das fordert unter anderem, fordern das ja Teile von der Opposition. Und es gibt in der Tat diverse Interessensgruppen. Es gibt zwei große Kampagnen. Das ist einmal die People's Vote Campaign oder Best, und dann gibt es noch Best for Britain. Allein die Tatsache, dass es halt mehrere größere Kampagnen gibt, die sich dafür stark machen, dass es nochmal eine Abstimmung gibt des Volkes über dann den finalen Entwurf, der da halt am 29. März, das ist ja dann die Deadline, das ist der Tag des Brexit, wo diese zwei Jahre eben abgelaufen sind, der der Vertrag von Lissabon festlegt, dass dann einfach nochmal das Volk sagen kann, das akzeptieren wir so, diesen neuen Vertrag. Oder dass sie eben nochmal sagen können so, nee, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt hatten, als wir halt darüber abgestimmt haben. Das ist ja eine sehr, sehr pauschal gehaltene Frage gewesen, ob man jetzt Teil dessen sein möchte oder nicht. Der Wahlkampf rund um dieses Referendum war ja extrem problematisch und sehr, sehr getrieben von Ausländerfeindlichkeit. Und in dem Vertrag selber, im Vertrag von Lissabon steht nirgendwo, dass dieser Prozess, wenn er einmal losgetreten ist, nicht auch wieder rückgängig gemacht werden könnte. Also selbst der Autor dieses Vertrags oder Mitautor dieses Vertrags und dieses Paragraphs, übrigens auch ein Schotte, hat das eben mal in einem Interview gesagt, dass nichts dagegen sprechen würde, das nochmal abzuwenden. Aber was man jetzt auch gerade, finde ich, wieder merkt, ist einfach, dass die Fronten sich verhärten, dass jeder irgendwie so auf seiner Position pocht und dass relativ wenig Bewegung da ist, was, also dass nicht so viel Platz für Manöver einfach da sind in den Verhandlungen und in den einzelnen Positionen. Weil ich meine, man muss sich auch nochmal hier festhalten, die EU vertritt ja eigentlich 27 Staaten, die unterschiedliche Interessen haben, auch was den Brexit angeht. Also was man damit erreichen möchte. Die Franzosen möchten vor allem, dass ein Exempel statuiert wird, dass die Briten nicht einfach so davon kommen mit Rosinenpäckerei oder so. Und in Deutschland gibt es ähnliche Interessen, aber vor allem von staatlicher Seite eher was Pragmatisches in Richtung, wir wollen halt, dass die Beziehungen weiterhin funktionieren. Und von daher gibt es da ganz unterschiedliche Positionen. Nur das Extreme, was wir jetzt die ganze Zeit gesehen haben, ist, dass selbst in der Regierungspartei in Großbritannien nicht nur Opposition, sondern auch in der Regierungspartei selber gibt es so viele unterschiedliche Lager, wer sich was wünscht, dass die halt auch gefühlt 38 Positionen haben zum Brexit. Mindestens. Also mindestens. Ja. Das, von daher, ja genau. Also könnte es ein zweites Referendum, ein Brexit-Referendum geben? Ja, theoretisch schon, aber aktuell sieht es sehr, sehr unwahrscheinlich aus. Und das hat ja auch lange gedauert, dass das ausgemacht wurde, dass das Parlament, also das Commons, das Unterhaus auch noch mal final abstimmt. Ja. Und das final ratifiziert. Das war lange Zeit nicht klar, dass sie das, dass sie das machen würden. Und das haben die halt, haben die Parlamentarier dann halt eingefordert. Und da haben sie auch die Zustimmung aus dem Oberhaus, aus dem, aus den Lords bekommen, dass das halt noch mal an sie gehen wird und dass das die finale Abstimmung ist, dass das halt wirklich vom Parlament ratifiziert werden muss. Okay, jetzt haben wir... Und da bewegen wir uns halt auch jetzt hin, genau. Genau, genau. Da wollte ich jetzt auch gerade drauf zusteuern. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was passiert ist. Und du hast jetzt auch gerade schon so ein bisschen die aktuelle Situation, sage ich mal, geschildert mit der ganzen Ungewissheit, die noch im Raum steht. Ja. Sag doch noch mal ganz kurz was dazu, was der aktuelle Stand Anfang Oktober ist, wie es weitergehen soll. Das ist natürlich... Das wird nicht final so bleiben, aber es gibt ja aktuell so einen kleinen Fahrplan wenigstens, wenn ich das mal so sagen, nennen darf. Genau. Der Fahrplan existierte jetzt schon vor dieser Konferenz, vor diesem Parteitag, der stattgefunden hat. Und die Deadline ist immer noch... Die finale Deadline ist sozusagen immer noch der 29. März 2019. Die Regierung hat mittlerweile halt auch eine Art Weißbuch veröffentlicht über ein mögliches, wie gesagt, dieses No-Deal-Szenario. Also wenn man halt ohne ein Abkommen aus der EU austritt, final. Und um halt egal welchen Plan jetzt zu verabschieden, gehen die Verhandlungen erst eigentlich jetzt sozusagen in die heiße Phase. Aber es müssen ganz, ganz viele Entscheidungen noch getroffen werden. Ein Punkt, wo jetzt, wo viel diskutiert wird, was jetzt noch ansteht, ist halt, was mit Irland ist. Da wird sich, wird sich der Michel Barnier, der die Verhandlungen für die EU führt, wird sich auch noch mal mit dem irischen Ministerpräsidenten treffen und das besprechen. Und all diese Verhandlungen, wie so große Punkte eben, wie die Irland-Frage, also die Nordirland-Frage, die müssen entschieden werden oder die müssen klargemacht werden bis zum 18.10., also bis 18. Oktober. Dort ist nämlich der nächste EU-Gipfel. Und dort geht es um eine finale Einigung auf eine, ja, Scheidung der EU und der, und Großbritanniens. Und nur im Notfall wird vielleicht noch ein weiterer Gipfel im November angekündigt, sollte halt bis dahin, sollten solche Kernpunkte wie beispielsweise Irland eben noch nicht entschieden sein, dann würde man halt noch mal einen extra, einen außerordentlichen Gipfel im November einberufen. und dann vom 13. bis zum 14. September ist die letzte Sitzung des Europäischen Rates und eben auch das britische Parlament hat eben auch ganz viele Deadlines, die sie halt dieses Jahr noch behandeln müssen. Und was halt vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist eben, dass der EU-Gipfel im Oktober wurde um einen Tag gekürzt, denn es gibt auch noch ein weiteres Treffen zwischen EU-Vertretern und Repräsentanten aus Asien. Insgesamt treffen sich dort 51 Länder und es geht halt um, genau, um wirtschaftliche, wirtschaftliche Verträge oder Wirtschaftsverträge, Freihandelsverträge und eine engere Zusammenarbeit und dort wird halt Großbritannien zum ersten Mal halt auch auf globaler Ebene alleine auftreten und das könnte natürlich auch noch mal diese ganzen Verhandlungen irgendwie befeuern, wenn halt jetzt plötzlich Großbritannien bei diesem Treffen halt dann auch noch mal versucht, eigene Deals schon mal vorzubereiten für eine Post-Brexit-Situation. Und sehr, sehr wichtig ist, ist dann erst halt nächstes Jahr im Januar, am 21. Januar, wenn bis dahin kein Vertrag, kein Abkommen auf dem Tisch ist, dann hat das, hat das, hat die britische Regierung nur noch fünf Tage Zeit eine Stellungnahme zu veröffentlichen, wie es denn nun weitergehen soll mit Großbritannien. Das ist nämlich Teil dieses, dieses EU-Rückzugsabkommen oder dieses, dieses Gesetzes von diesem Jahr, von 2018. Also da, da ist noch mal eine ganz, ganz harte Deadline, wenn bis dahin nichts passiert ist, muss halt irgendwas auf den Tisch und dann müsste halt immer noch im Januar, Februar spätestens das britische Parlament final über einen Brexit-Deal halt abstimmen und das Ganze ratifizieren, damit, oder beziehungsweise genau abstimmen, damit es halt zu einer Ratifizierung spätestens im März 2019 kommt. Und aktuell sieht es halt nicht so aus, als würde es nur auch nur annähernd mit diesem Zeitplan hinhauen. Ja, deswegen hatte ich ja gesagt, da gibt es bestimmt noch Änderungen. Genau, und das könnte es halt geben. Ich meine, was halt auch die EU immer gesagt hat, vor allem auch, auch Deutschland, ist ja halt dieses so, nichts ist entschieden, bis nicht alles entschieden ist. Also auch, man hatte sich ja eigentlich auf so eine Übergangsphase geeinigt und die wäre dann halt ab dem 29. März würde die 21 Monate andauern und würde bedeuten, dass Großbritannien in der Zollunion bleibt und im Binnenmarkt bleibt bis Dezember 2020. Und das würde halt für alle nochmal einfach so ein bisschen, ein bisschen Zeit schinden, um sich halt zu überlegen, wie man, wie man denn nun rausgeht. Wie man es doch hinbekommt. Aber das würde halt nicht mehr greifen, genau, das würde einfach nicht mehr greifen, wenn man, wenn man halt sagt so, nö, wir machen, wir machen keinen Deal und dann würden halt nur noch die Regeln der Welthandelsorganisation greifen. Also das ist, das ist sozusagen immer der, das, was alle in der Rückhand haben, das könnte halt passieren, dass es halt diese WTO-Regelungen gibt und das würde dann halt auch Whisky betreffen, dass der unter, unter eben diesen, diesen Welthandelsorganisationsregeln verzollt werden würde und so weiter und so fort. Ja. Damit hast du jetzt ja perfekt die Überleitung schon hinbekommen, weil bis zu diesem Punkt war es der Politik-Podcast mit Leonie und Malte. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber es lässt sich einfach nicht trennen in dem Fall. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. An dieser Stelle zumindest nicht. Dann lass uns jetzt doch wirklich mal über die Konsequenzen für Scotch-Whisky sprechen. der da ja massiv betroffen ist oder sein könnte. Aktuell kann man ja noch nichts hundertprozentig Konkretes sagen. Wir haben ja die Überschrift. Könnte, könnte, ja. Genau. Wir haben ja die Überschrift gewählt, wird jetzt alles teurer. Wie sieht es denn jetzt aus? Was kann man denn vielleicht abschätzen, vorsichtig abschätzen? Ja, genau. Also als, also ich sagte ja gerade so, im Worst-Case-Szenario wären dann halt irgendwie, würden WTO-Regeln gelten. Ab, ähm, ab dem 29. März, äh, beziehungsweise die darauffolgenden Tage, 2019. Ähm, die sogenannte, die Scotch-Whisky-Association, ähm, also diese Interessensgruppe von, ähm, Destillateuren aus und, und Händlern aus, aus Großbritannien, ähm, die eben Scotch-Whisky machen, die hat im Mai 2018 ein, ähm, auch ein eigenes Papier veröffentlicht. Das war kurz nachdem halt die, ähm, nachdem Großbritannien halt angekündigt und Großbritannien und, ähm, die EU sich mal darauf geeinigt hatten, dass es halt so eine sogenannte Transition-Period, also diese Übergangsphase geben würde, nach dem 29. März 2019. Und haben das erstmal, haben das erstmal ganz, äh, ganz, ganz positiv gesehen und haben aber gleichzeitig halt so ihr Wunschkonzept vorgestellt. Ähm, was, was da eben passieren könnte, ist, wäre jetzt erstmal für, meinen die zumindest, ist für Scotch-Whisky gar nicht so schlimm, weil auch unter, unter WTO-Regeln gibt's nicht extra, extra Zolle, ähm, sondern, ähm, mit der EU, sondern, ähm, die würden halt zollfrei reinkommen, was, und, und wie gesagt, wenn es eine, eine sogenannte Transition-Period gäbe, also wenn alles gut geht, ähm, mehr oder weniger gut zumindest, und man sich halt auf eine Übergangsphase einigt, dann wird dieses Problem uns erstmal nicht, also gibt es für uns erstmal kein Problem bis halt irgendwie 2021, weil dann halt, ähm, Großbritannien immer noch in einer Zollunion wäre und, ähm, und alles halt mehr oder weniger so wie bisher weiterlaufen würde, was halt Güter angeht und Whisky ist halt ein, ein, genau, ist ja ein Produkt, ein, ein physisches Produkt, was, was dort, ähm, passiert. Also es wäre jetzt nicht so wie jetzt bei den USA, dass es irgendwelche Strafzölle gäbe, also mit US-Produkten, mit US-Whisky-Produkten. Ähm, was, was sozusagen, ähm, wenn das aber nicht der Fall ist, würden trotzdem halt keine, also wenn WTO-Regeln herrschen würden, dann würde zwar auf Whisky kein, ähm, kein, äh, kein, 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 kein Extrazoll anfallen, aber, und, äh, dazu haben sie eben, hat diese Scotch-Whisky-Association eben auch Stellungnahme bezogen, ähm, die Lieferketten könnten betroffen werden mit, äh, plötzlich höheren Kosten durch bestimmte, ähm, Zölle auf bestimmte andere Waren, weil das geht ja nicht nur in eine Richtung. Also der Whisky kommt ja nicht nur, nicht nur von, ähm, von Großbritannien in die EU rein und nach Deutschland, sondern das hängt ja alles global irgendwie zusammen und, ähm, was halt alles noch extra besteuert werden könnten oder wo halt die Lieferketten dann ins Spiel kommen, die es halt global gibt, sind dann eben sowas wie die Glasflaschen. Woher kommen die denn? Wären die jetzt plötzlich teurer? Der Korken oder auch halt, ähm, Stahl oder Aluminium oder Kupfer oder so für die Brennblasen und die ganzen Brennapparate. Und natürlich nicht zuletzt das Getreide. Weil ich meine, Großbritannien, ähm, und gerade Schottland, die haben ja nicht, das ist ja einfach nicht so eine große Fläche. Ja, es ist eine Insel. Und die bauen nicht so viel Getreide an. Genau. Genau. Es ist eine Insel mit, äh, und, äh, und Schottland mit relativ viel Bergen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte man unendlich viel Ackerland, wo man dann auch irgendwie unendlich viel Gerste anbauen könnte. Und das heißt, da wird natürlich viel aus Rumänien, aber auch aus Deutschland, aus Finnland und so weiter, wird ja auch, ähm, an, an, an Gerste, ähm, importiert von Briten. Also das sind dann halt alles Sachen, die, die geregelt werden müssen. Und was halt auch noch für, für Scotch Whisky halt bedeutend ist, was halt in der Zukunft bedeutend sein kann. Ganz viele Regelungen sind aktuell auf EU, ähm, Recht, oder basieren auf EU-Recht oder sind von der EU geregelt. Ähm, und stehen damit halt überhalb der, der Landesgesetze, weshalb viele Dinge einfach nicht verschriftlicht sind oder nicht in, ähm, britisches Recht übertragen worden sind bisher. Weil es gilt ja EU-Recht. Und das heißt, es gibt zum Beispiel auch keine, keine Herkunfts, ähm, keine geschützte Herkunftsbezeichnung für Scotch Whisky im britischen Recht. Ja. Weil es gibt das halt auf EU-Ebene. Mhm. Und, ähm, das sind jetzt halt auch alles dann Sachen, die in Zukunft geregelt werden müssten und die eben von, von der Scotch Whisky Association angesprochen wurden. Und da kommen wir vielleicht auch zu einem Punkt, den wir eben hatten, mit diesem Treffen mit anderen Staaten, also mit, mit anderen, ähm, Weltmächten. Genau, mit anderen Märkten. Und potenziellen neuen Handelspartnern. Ja. Exakt. Exakt. Und, ähm, Großbritannien möchte sich ja globaler aufstellen dann. Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, die, äh, die alle haben. Ähm, aber da, da sind jetzt sozusagen auch diese, diese Angriffspunkte, die man sehen könnte. Ähm, was ist denn, wenn halt andere Handelspartner sagen, na ja, wir wollen gerne, wir, wir nehmen schon eure Ware und wir nehmen auch euren Whisky, aber wir würden halt gerne auch trotzdem, dass ihr unsere Produkte in dem Bereich nehmt. Und, ähm, wir möchten das halt auch alles als Whisky verkaufen. Und wir werden jetzt nicht unsere ganzen Label oder sowas ändern, sondern, nur weil das, weil ihr sagt, dass das nicht, ähm, nicht Whisky ist. Ich denke da nur halt groß an Indien. Ja. Die halt eine ganz große Whisky-Industrie haben und Amrut ist super, ähm, Paul John ist auch super, aber es gibt eben auch ganz viele große Produzenten, die alles Mögliche vermeischen, nur keine Gerste, um, um so etwas auf den Markt zu bringen, was sich dann halt Whisky dort nennt, aber in der EU zum Beispiel als solcher nicht verkauft werden darf. Ja. Mmh. Und da ist halt die Frage, wer sitzt am längeren Hebel? Und ist, ist Großbritannien alleine ein so großer, großer Markt, dass er wirklich, also wirklich attraktiv ist? Ja. Und, und Fähigkeiten auch hat, ne, das durchzusetzen. Also, wenn man sich jetzt mal Großbritannien gegen Indien anguckt, dann, äh, ist das ja durchaus fraglich. Das ist ja schon richtig. Genau. Und da hat er halt auch, auch, ich meine, Whisky ist jetzt halt nicht die größte, ähm, größte Industrie. Ähm, das heißt, das ist vielleicht auch nicht so die ultimative Priorität. Ja. Und, ähm, ich hatte, hatte dazu einen Artikel gelesen von der Financial Times, ähm, und dort wurde auch nochmal, war nochmal der Hinweis auf, halt, Commonwealth-Staaten als, äh, potenzieller Handelspartner, weil man halt früher in diesem Staaten, dieser Staatengemeinschaft war und unter Umständen halt gemeinsame, äh, gemeinsame, äh, eine gemeinsame Sprache teilt. Aber da kam halt, finde ich, vor allem durch, dass die erst einmal, so gerade im, im Südpazifik, möchten die halt erst einmal untereinander selber Handel betreiben, weil es sich einfach mehr lohnt, weil die geografisch näher beieinander liegen. Und Großbritannien, keiner sagt nein. Alle sind, alle wären natürlich offen für mehr Handel, aber es steht halt nicht so sehr auf der Prioritätenliste. Wieso auch? Also, ähm, genau, also es ist halt so. Thailand wäre jetzt ja auch nicht für Deutschland auf einmal der große, spannende Handelspartner, so, keine Ahnung. Genau, genau. Oder irgendwie ein anderes Land aus der Ecke. Wobei, natürlich, na, natürlich, ähm, in Großbritannien schon nochmal, also, klar, die haben halt viel weniger Einwohner, aber es ist natürlich irgendwie, ähm, schon eine große Industriemacht, keine Frage. Ja. Aber ist halt einfach nicht mehr so attraktiv, wenn man nicht auch den kompletten europäischen Markt gleich mit besetzen kann. Und das war bisher der große Vorteil, den halt ganz viele, ähm, ganz viele Unternehmen gesehen haben. So, alle sprechen Englisch, die meisten Leute sprechen Englisch. Das heißt, wir können dort unser europäisches, äh, Headquarter aufbauen und, und steuern von dort aus dann halt den, den weiteren Vertrieb. Da gibt's halt, ähm, geringere Steuern in bestimmten Bereichen. Das macht das nochmal attraktiver. Genau. Aber jetzt hält sozusagen niemanden was ab, zum Beispiel nach Irland zu gehen. Ja. Um halt in den europäischen Markt einzutreten, der halt ein bisschen interessanter ist. Also, es gibt, glaube ich, viele, genau, genau. Ähm, also da sind, da sind ganz viele, ganz viele Herausforderungen und da sind auch viele Herausforderungen für, ja, auch für Scotch-Whiskey. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich fass mal kurz zusammen, äh, das, was du jetzt, was du jetzt alles palabert haben. So wollte ich das jetzt gar nicht ausdrücken. Ähm, aber es ist ja eigentlich relativ, ähm, schnell gesagt. Also, äh, wir haben jetzt fast, ja, was sind das, anderthalb Jahre rum von den zwei Jahren, ähm, Ende März 2019 sollte es zum Brexit kommen. Kommen, ja. Und jetzt, jetzt im Oktober 2018, äh, ist noch keine Lösung, ähm, in Sicht. So, es gibt jetzt ein paar Termine, äh, die, die anstehen, die auch wichtig sind, aber ob das wirklich die finalen Termine sind, ist auch noch nicht so ganz klar. Und für den Whisky kann man ja vielleicht zwei Sachen festhalten. Zum einen kann man auch im Bereich Whisky, die diese Unsicherheit festhalten. Keiner weiß so genau, wo es hingeht, weil wie soll sich die Whisky-Industrie vorbereiten auf etwas, was insgesamt noch nicht, ja, vollständig durchgesprochen wurde oder wo es noch keine Lösung gibt. Auf jeden Fall. auf der anderen Seite, um auch mal, äh, äh, eine positive Sache in diesem ganzen Beitrag zu sagen, ähm, ist es, ist es ja auch relativ unwahrscheinlich, dass Whisky jetzt von der Nacht vom 29.3. auf den 30.3. 2019 auf einmal um 100% teurer wird. Also keiner muss im März 2019 losrennen und, ähm, sich den zwölfjährigen Bomor in Keller stellen, kartonweise, weil er oder sie Angst hat. Genau, so Hamsterkäufe, dass er oder sie Angst hat, ähm, dass der auf einmal nicht mehr zu bekommen ist oder unglaublich teuer wird. Also das ist ja, ähm, jetzt auch nicht nur unwahrscheinlich, das wird ja nicht passieren. Ich denke, so viel kann man schon für unser Lieblingsgetränk auch festhalten, oder? So viel, so viel kann man auf jeden Fall festhalten. Was man aber auch festhalten muss, also wie gesagt, die, die, die SWA ist da ja sehr, sehr positiv gestimmt. Das, ähm, ist ja auch absolut gut, dass man irgendwie optimistisch an die ganze Sache, äh, rangeht und langfristig wird es wahrscheinlich echt kein Problem sein. Was halt das Einzige, was passieren könnte, so ein bisschen ist, dass es halt erst mal eine Periode gibt von unbestimmter Zeit, die etwas chaotisch ist. Ja. Das, da, und zwar, ne, wir haben ja gesagt, so, selbst, selbst im Worst Case auf, auf Whisky wird halt nicht eine extra Steuer, also nicht ein extra Zoll oder so erhoben von der EU. Das Problem ist nur trotzdem dann, dass vielleicht andere Ware bezollt werden muss und das einfach aktuell nicht genug Zollpersonal auf beiden Seiten existiert, dass das halt alles abarbeiten könnte. Das heißt, man hätte vielleicht wirklich den Fall, dass einfach an den großen Häfen Staus entstehen können. Ja. Und da ist vielleicht dann auch Whisky nicht die erste Priorität, zu Recht. Vielleicht, ja. Könnte man sich vorstellen. des schnellen Versandes oder der schnellen Abarbeitung. Da sind Medikamente und verderbliche Lebensmittel sind da halt bevorzugt zu behandeln. Das wäre vielleicht so der einzige Punkt, wo ich sagen könnte, ja, okay, es könnte eine zeitweilige, so eine temporäre Verknappung geben, wenn das halt eintreten sollte. Ja. Mega das Chaos ist, keiner weiß, was jetzt so wirklich was getan werden muss und LKW an LKW stehen bleibt und nicht weiterkommt. Weil nicht genug Papiere da sind. Genau, welches das passende Papier ist, ob es das passende Papier überhaupt schon gibt, ob, ne, also das ist ja, geht dann ja auch so in so einen kleinen Kram rein, an den man gar nicht denken kann eigentlich, an den auch niemand gedacht hat anscheinend bei dieser Abstimmung. Absolut. Und da sind wir, ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Diese ganze Brexit-Geschichte und diese ganzen EU-Sachen, das ist halt, um ehrlich zu sein, aus so privater, so Privatpersonensicht, total langweilig, weil das halt alles irgendwelche so Millionen und Abermillionen von Verträgen sind. Also nicht Millionenverträge, aber halt richtig viele. Weil einfach so viel in jetzt fast 40 Jahren gemeinsamer Politik zusammen entschieden wurde. Und das halt auseinander zu friemeln, das ist halt richtig, richtig, richtig viel Arbeit. Da ging es allein schon bei diesen, diesen ganzen Weißpapier, also diesen White Papers, also diese Art Weißbuch für den, für das No-Deal-Szenario, haben die ja auch schon gesagt, so ja, ihr müsst halt auch gucken, was mit euren Führerscheinen ist. Also die sind unter Umständen halt auch nicht mehr gültig dann. Naja, die, die englische Fußballliga hat Riesenprobleme mit den Arbeitsverträgen der Fußballer. Also das sind ja alles Sachen, an die keiner gedacht hat. Und es betrifft alles. Oder irgendwie, genau, genau, genau. Und halt eben natürlich auch Whisky. Genau. Aber, wie gesagt, es wird wahrscheinlich gar nicht, also für, für Whisky wird es vielleicht gar nicht so schlimm, langfristig kann es natürlich sein, dass das alles etwas teurer wird. Von den genannten Gründen, mit den Lieferketten, mit der Zulieferung und dann halt, wie wird, wird das irgendwann mal halt politisch genutzt oder sowas, um andere Sachen durchzubringen und so weiter und so fort. Aber das sind alles halt reine Spekulationen an diesem Punkt. Genau. Also dann, lass uns das Thema doch hier beenden, wobei ich glaube, die Aussage, das Thema Vertagen, ist passender. Ja. Bleiben wir mal im Oktober 2018 auf dem Stand. Würde ich jetzt sagen, du kannst gerne ergänzen, nichts Genaues weiß man noch nicht, aber panische Hamsterkäufe gilt es auch nicht zu tätigen, was den Whisky angeht. Ja, exakt. Immer schön ruhig bleiben. Immer schön ruhig bleiben. Und Whisky trinken. Genau. Dann vielen Dank nochmal, dass du dich so ruhig und besonnen in diese Thematik und die Verträge eingearbeitet hast und uns den Überblick gegeben hast. Ich denke, das war sehr spannend, zumindest für mich war das sehr spannend, das auch nochmal so komprimiert zu hören. und ja, ich glaube, das Thema wird uns noch weiter verfolgen. Oh ja, das glaube ich auch. Danke dir, Malte, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge Love at First Dram. Wenn ihr jetzt Lust auf Whisky bekommen habt, dann schaut bei uns im Shop auf wick.de vorbei. Hier findet ihr über 2000 Whiskys aus aller Welt. Aber zuerst abonniert gleich unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wenn euch unser Whisky-Podcast gefällt, dann gebt uns bitte 5 Sterne. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Leonie und ich sage Slange. Bis zum nächsten Mal.